Sehr flacher Bereich hier, 50 bis 70 cm mit wunderbaren Seerosen. Jetzt wollen wir unsere Posen mal ranziehen. Da kommt ja schon der Erste. Das geht jetzt bestimmt noch weiter. Ui, das ist auch noch. Wir müssen ja auch nicht erreichen. Die ist auch gerade weg. Ah, der zieht nicht mehr. Kommt das. Da war dran. Da läuft er ab. Kein Aal. Super. Ein Barsch. Ah, jetzt zieht er. Ist das schon mal ein bisschen strafen? Ist das schon los? Ist das? Ich bin ganz spannend. Mach schon mal ein bisschen strafen. Ist ja unwahrscheinlich. Aber... Er zittert so, oder? Zittert als wenn er auf Entzug ist. Aber siehst du? Ja. Nicht scherber. Nicht scherber. Ja. 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 Ja.